Es ist Mittwoch, der 17. September. Ich begrüsse noch herzlich zu diesem neuen Tag. Heute lese ich aus Miesaja 12, der erste Vers. Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. In meiner Zeit als Gymnasiast in Bern hatte ich eine intensive Beziehung zu einem Mädchen, eine Freundschaft, die über Jahre dauerte, drei Jahre lang. Das hat nach immerwährend ausgesehen, aber nach der Matur bin ich auf Amerika für ein Sozialjahr und in dieser Zeit ging die Beziehung zu flöten und zerbrochen. Als ich nach Hause kam, waren noch einmal die Trümmer. Ich habe schon in dieser Zeit gemerkt, in Amerika selbst, welches der falsche Baustein ist. Es hatte gute Bausteine und schlechte. Aber der schlechteste war die Einversucht, die sich hauptsächlich ernährt, wenn man sich nicht häufig sieht, wenn man sich alles Mögliche nachher ausmalt. Und das war tatsächlich das, was unserer Beziehung den Todesstoss gegeben hat. Der Katzenjammer hat mich sicher länger als ein Jahr nachher geplagt und trotzdem musste ich feststellen, es wäre nicht gut gewesen, wenn die Beziehung auf so schlechtem Fundament mit einer so schäbigen Architektur sich in die Länge gezogen hat. Es wäre für alle Beteiligten oder für beide Beteiligten nicht gut gewesen. Und so musste ich sehen, dass auch Gott dort die Hand im Spiel hatte, dass sich schlussendlich das Gebilde wieder aufgelöst hat. Gott war in der Sonne, das kann ich auch so sagen. Ich kann es so interpretieren. Rückblickend kann ich es so zusammenfassen. Er hat es also so nicht gesehen. Und er hat es beendet. Er wollte etwas Besseres für mich und sicher auch für Sie. Jahre später habe ich eine äusserst liebevolle Topfrau gefunden. Wir feiern in fünf Tagen unseren 24. Hochzeitstag. Und ich kann wirklich sagen, Gott hat mich getröstet über dem, der halt abverheilt ist, über dem, der sich nicht wunschgemäss hat entwickelt. Er hat mich mehr als nur getröstet. Er hat mir alles ersetzt, was ich nirgends habe müssen fahren. Und das Interessante an diesem Losungswort ist, Jesaja fasst beides zusammen in diesen Dank. Er danket Gott, dass er ihn von schlechten Wegen oder von nicht guter Architektur von seinem Leben weggebracht hat. Dass er die Härtehang von Gott einmal zu spüren bekommen hat. Und dass das dann am besten gedient hat. Nämlich einer noch besseren Ausgangslage, einer noch besseren Perspektive, einer noch besseren Lösung. Das sind so Sachen, die du und ich erleben. Zwischen steckt man mal ein. Zwischen erlebt man die unzimperliche Seite von unserem Gott. Die Härtehang. Aber interessanterweise kommen wir nicht zum Schluss. Gott ist autoritär. Jetzt ist gerade eine Studie herausgekommen vom Nationalfonds über die Ziehung. Und wir haben gesehen, eine Mehrheit in der Schweiz erziehen ihre Kinder immer noch autoritär. Aber nicht, dass das gute Früchte trägt, sondern man hat die Studie gemacht, um zu schauen, warum sind die Leute so aggressiv, warum ist die Jugend zunehmend aggressiv. Ist zurückzuführen auf den ersten Teil unserer Lösung. Nämlich, dass da auch ein Härtehang führt. Dass man einfach sagt, wo Bartli den Most hält, was der Tarif ist, etc. Und dann fällt der zweite Teil der Lösung. Nämlich, dass dann auch der Trost hinterher kommt. Menschen, die härter gezogen werden, aber nicht getrostet, werden aggressiv. Die werden bitter. Wo also der Schlussstein von einer Erziehungsaktion oder Erziehungsstrategie vielleicht sogar fehlt. Nämlich der allesumfassende Trost. Wo dann schlussendlich das Ende besser ist als der Anfang. Und wo dann die Erquickung und Erfrischung grösser ist als der Dämpfer, den man erhalten hat. Und wo das fehlt, ist man mitten in der autoritären Welt innen, wo Ruinen hinterlässt, verbitterte Menschen. Aber zu schön an dieser Perspektive, die jetzt auch das Neue Testament zum Ausdruck bringt, ist der Überschuss an Trost und an Liebe, der am Schluss die Rechnung ausmacht. Es ist desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Erfolg. 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 Vielen Dank.